Gostino, was willst du? Mach auf, die nehmen mir den Führerschein ab. Señor Bresal, wir haben letzte Nacht wieder gefeiert, ja? Es ist Krieg, mein Freund, brutaler Krieg. Weißt du, wie man deine Krankheit nennt? Hm. Liebe. Nein. Schwachsinn. Schurke, hä? Du, was machst du? Das sieht furchtbar aus. Und ich finde Fleischklopse für Tote völlig überflüssig. Oh, das ist ja ekelhaft! Wenn du ein Idiot bist und an Gott glaubst, dann glaubst du an den Gott der Idioten. Tante Anna lebt nicht mehr. Anja. Arme Tante Anna. Anja. Anja Korra. Ich hab sie Anna genannt, verstanden? Und ab jetzt muss ich eben ein anderes Familienmitglied um ihn kümmern? Ist er zurückgeblieben? Das Gute am Älterwerden ist es zu entdecken, dass andere Menschen, auch wenn wir es nicht für möglich gehalten haben, uns immer noch überraschen können. Sag Ciao zu deiner Großmutter. Triffst du immer? Nochmal. Fahr dir zu den Meisterschaften. Was gibt's da zu gewinnen? 50.000 Pfund Sterling. Das sind 60.000 Euro. Erst wirst du lernen, da zu spielen, wie ich es gesagt habe. Ah. Er bleibt bei mir, weil... Weil er mich liebt. Auf Paolo. Und seine Geste, die uns bewiesen hat, wie sehr wir uns in ihm geirrt haben. Ein Künstler auf Aktion. Wenn du nicht mitkommst, geb ich dir einen Kuss. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig.